Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 und ich hab heute die Division Vivales Belohnung für euch. Und gucken wir mal, was wir bekommen. Ich glaube, wir bekommen... Ja, zwei Jumbo Premium Gold Packs, zwei Megapacks, zwei seltene Spieler Packs. Gucken wir mal, was da drin ist, Freunde. Untauschbar wieder mal. Ich war Rang 2 in Division 4. Nur schon mal zur Ankündigung, das hier wird das letzte Division Vivales Belohnungsvideo sein, weil ich da nicht mehr so viel spielen werde unter der Woche. Da geht's nächste Woche auch mit den Streams weiter, ab Sonntag um genau zu sein. Es gibt auch eine kleine Überraschung. Und dementsprechend werde ich einfach nicht so viel dazu kommen, FIFA zu spielen auch. Beziehungsweise ab und zu vielleicht schon, aber dann eher Re-Or Games. Mal gucken. Jetzt gucken wir aber erstmal, was das hier bringt. Nur Müll auf jeden Fall. Dembele ist jetzt nicht der beste Kicker. Gucken wir mal. Ja, ihr seht selber. Geht auch nicht weg im Normalfall. Der können wir wegpacken, brauchen wir eh nicht. Das, das und das. Ciao, Kakao. War schön mit euch. Nicht... Gucken wir mal, Jumbo Premium Gold Pack. Die Weekend League Belohnung wird's weiterhin geben. Also ich werde auch weiterhin FIFA spielen. Aber halt nur Weekend League. und nicht die ganze Woche immer FIFA, 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 FIFA. Mal schauen mal, um das halt anzukündigen. Oh. Dann kriege ich direkt zwei Trainer, die ich noch nicht hab. Das ist immer gut. Engine ist auch ganz in Ordnung. So. Machen wir es so. Dann gucken wir in die Mega Packs. Bitte ist da jetzt was drin, ey. Nein. Ist nicht. Kann man eigentlich wegdrücken. Nicht mal ein Stadionspieler, ne. Puh. Okay. Nicht mal irgendwas dahinter, ne. So versteckt. So ein Hunter oder so. Ai, ai, ai. Nächste Mega Pack. Also bisher nur Schmutz in den Division Rivals Belohnung. Das ändert sich, glaube ich, nicht. Ne, das ist auch wieder kein Stadionspieler. Ich erkenne es nie ganz so genau. Beziehungsweise ich habe zu lange schon wieder keinen Stadionspieler gesehen. Wenn man mal bei Real Talk redet hier. Das kann weg, das kann weg. Viel zu viele liegen noch dabei. An sich brauche ich die anderen Sachen teilweise auch nicht. Aber ich lasse sie einfach da. So. Seltene Spieler Packs. Jetzt muss einer droppen, Freunde. Ich mache zuerst das Rechte auf. Oh, könnte was sein. Deutschland. Oh, Tidira, oder? Oh, Toni Kroos. Stimmt, war ja ein Walkout. Aber, naja, ne. Gab schon mal bessere Walkouts, sagen wir es mal so. Aber auch der wäre theoretisch 25k wert. Schade, dass ich ihn nicht verkaufen kann. Goulaschi ist noch dahinter. Auch seine 10k bitte vielleicht bringen. Hazard. Na, das war ein ordentliches Pack, würde ich sagen. Viele Doppelte leider wieder. Aber das ist ja mittlerweile normal, ne. Ich habe ja fast alle Spieler schon so gefühlt. Außer natürlich die ganz wertvollen Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Die habe ich alle nicht. Oh, hier vielleicht nochmal direkt was. Ich glaube, das war keiner. Ich glaube, das war Maxima in Form. Ah, das ist ein normaler Stadionspieler. Schade, schade, schade. Also, Kroos so als Besten heute. Ja, bin ich ganz zufrieden. Besonders, weil ich keine Verstärkung für mein Team gefunden habe. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal... Also, ich werde die Packs auch weiterhin natürlich aufmachen. halt nur nicht Division, weil wir jetzt extra noch dafür reinsuchten. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal dann... Wie heißt's? Sag mal schnell. Beim nächsten Mal dann Tauschbare nehmen oder so. Muss man mal gucken, wie wir das beim nächsten Mal machen. Wir werden ja eh nur Division 3, 4 kommen. Irgendwie sowas. Beziehungsweise Rang 3, 4. Division sind wir ja 4. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Ähm, schaut auch gerne gleich um, äh, in einer Stunde ungefähr beim, äh, Weekend League Belohnungsding vorbei. Da war ich Rang, äh, Gold 3. Mal gucken, was es da gibt. Ähm, ansonsten, ja, schaut auch gerne bei den Streams vorbei. Ab Sonntag geht's weiter. Ähm, ich hab jetzt gerade eine kleine Mandelentzündung am Start. Ich hoffe, das ist bis dahin weg. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann heute rein. Ciao.